Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Let's Play, ähm, Lunar Gaming Let's Play Part, ähm, ah, ist das, keine Ahnung, irgendein Part, und ich bin gestorben, weil ein Creeper gekommen ist, wir sind immer noch in dieser Mine, haben noch ein bisschen weitergemacht. Tut mir leid jetzt so schnell, weil ich so nicht mein Zeug muss einsammeln, bevor, ähm, bevor es disappeared, so, ähm, wo sind wir gewesen. Ja, es ist so ein Creeper von hinten gekommen, so wie die immer kommen, so richtig. Es ist ein kleines grosses Höhle-System, muss ich noch dazu sagen, hey, da hat es überall noch Eisen, was hast du gemacht, es ist überall alles voll Eisen. Ja, eben, aber da bauen wir schon ab. Aber ich weiss nicht, hey, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir durch sind. What the hell, alles voll Kohle, die ganze Decke, ich sehe dich, ich sehe dich. Wo, wo sind meine Items, hast du sie aufgenommen? Nein, hast du sie nicht gefunden. Da oben ist Sackgass, da gehen wir zurück. Wo bin ich gewesen? Ich meinte, du bist da gewesen, aber ich bin nicht sicher, ob ich ein Zombie gesehen habe oder dich. Fuck. Okay, schau, ich bin da vorne gestartet. Da irgendwo, habe ich gemeint, habe ich dich gesehen, da habe ich irgendwo ein Ding gekillt. Eisen, ja, da habe ich das Eisen gesehen, da habe ich nicht gesehen. Oh, da bin ich nicht gesehen. Ähm. Ah, keine Pickaxe mehr. Ja, ich kann gar nicht abbauen, ich komme da nicht nach unten. Da hinten bin ich vielleicht gewesen. Oh, Creeper. Oh, ein halbes Leben noch. Ich habe noch ein halbes Leben. Aber hast du wenigstens voll, keine Hunger? Also. Äh, warte mal. Dass du wieder regenerierst, meine ich. Ja, ich habe einfach lebenden Wettelvergiftung, ich habe roten Fleisch gegessen. Ja, es regeneriert, gut. Hey, es hat überall Kollandissen, aber ich finde mich nicht ums Nebel. Wo sind wir gewesen? Da ist auch noch Fakle. Wo bin ich gewesen? Arg. Hey, lass doch Fakle jetzt, sonst finde ich es nie. Ach, hey, das ist jetzt voll blöd. Weisst du, wenn ich es aufgenommen hätte, wenn ich es gefilmt hätte? Da, wo ich... Ist nicht. Wo du geschrieben hast. Ah, ich habe sie gefunden, ich habe deine Icons. Alles habe ich. Deine Icons. Da ist irgendetwas explodiert. Oh, das finde ich dein Creeper gewesen. Aber es ist da nicht gut, da ist irgendetwas. Ich habe deine Sachen. Fast alle. Vielleicht hat es da noch etwas runtergeschwemmt. Ja, okay, ich habe deine Sachen. Oh, da geht ja so weit runter, das Wasser. Ich kann da nicht alles runter. Gehen wir im Wasser nachher, vielleicht hat es etwas runtergeschwemmt. Oh, da unten. Spinne und... Oh, ouch. Ja, kannst du mir mal meine Sachen geben? Wo bist du jetzt wieder hin? Ich habe kein Leben, ich habe kein Leben. Ich habe zu essen. Ich brauche, ich brauche... Zum Glück hast du es dabei gehabt. Ich brauche Schwert oder so. Gib mir mein Zeug. Ja, warte. Da, 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 cool. Dort ist Schwert. Und... Ja. Gut, da hinten hat es etwas. Mach sie fertig. Da unten, gerade dort unter dir jetzt. Mach sie fertig. Ja, ich glaube. Ja, warte, ich will dir steigen. Es ist ja egal. Es ist ja egal. Oh, nur Skeletten. Hä? Ah, zwei Skeletten, die in der Decke drinstecken. Steckt sind einige. Das ist... Wow. 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 Fuck, lava, lava, lava. Fuck. Ach, wie hast du mir mein Zeug nicht gegeben? Es liegt die Hälfte im Lava und wahrscheinlich die Hälfte nebendran. Ah, shit, hey. Bist du gestorben? Nein. Du lebst noch? 39 Eisen hat es noch gehabt. Ey, weisst du nicht, wo... Sie überschneiden ins Wasser, es hat sie gerade nebendran. Oh, fuck, lava, lava, lava. Shit. Ja, ich bin ja drin, ins Wasser. Aber... Ich bekomme jetzt da wieder Ruhe. Jetzt finde ich den Weg auch nicht mehr. Fuck. Hey, wie sind wir da runtergekommen? Hey, das ist riesig und ich habe kein Schwert. Und es liegt. Ja. Hä? Wieso bist du da runtergekommen? Ich habe jetzt wieder eine Pickaxe. Aber ich habe keine Fakkele, shit. Ich finde den Ausgang doch nicht mehr ohne Fakkele. Irgendwie so nie mehr Fakkele. Von wo es immer kommt. Nein, wir sind ja runtergekumpelt. Da warst du nebenbei, bitte ich... Wir sind doch runtergekumpelt, oder? Oder noch jemand? Ja. Ja, da ist der Stagabow im Fall. Ja, voll. Du bist mir überlegt. Leider. Ich gehe zu den Kisten zurück, falls sie sie finden. Dass man nicht alles fliegt. Ich habe nämlich fast kein Leben mehr. Hast du sie auflesen? Es hat Brot dabei. Zwei noch. Nein, da hat sie kommen. Verbrannt. Ah, shit. Hey. Ah, da. Da bist du ja. Schick mir das Schwert rüber. Ja, das ist doch ein Scheiss. Ja, das ist doch ein Scheiss. Wieso ist die Kiste offen? Ja, das ist doch ein Scheiss. Ich habe das Schwert rüber. Gut, wenden wir mal das Zeug hoch. Am besten. Ja, voll. Am besten nicht... Nicht alles, die ich hätte genommen. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber egal. Ja. Ja, wir sind ja da schon fast oben. Aber ja, komm mal mit. Falls mich ein Creeper verwünscht. Ja, solange es keine Lava hat, geht es ja noch. Aber... Fuck. Ich habe noch ein halbes Leben. Wieso hat es kein Brot oder so? Ich verliere mein Zeug jetzt dann noch. Da. Wo geht es durch? Oh, bei mir. Ich weiss es. Hey. Wenn ein Zombie oder so kommt, stirbt je, weil ich nur noch ein halbes Leben habe. Hast du den Timer gestärkt? Noch 7 Minuten. Gut. Das ist nicht mehr so lang. 7 Minuten, noch die Hälfte. Wow. Ja, gehen wir am besten gerade mal schlafen, oder? Dann tun wir das Zeug zuerst mal ein. Ja, ich habe Pickhacks. Bis ich den Stein weg habe. Hö. Welcher Stein? Der dort oben. Wo die Monsterbleibung abwehrt. Ja. Aha. Ich lasse den Dreckklotz rein. So, wieso habe ich jetzt wieder 8 Eisen dabei, wie am Anfang? Und dann ist die Kiste... Komm, keine Kiste. Welche Kiste soll ich die Kiste tun? Die ganz rechts. Würde ich sagen. Ich würde sagen. Gut. Cool, cool. Cooler, cooler. Aber das Crafting Table, für das brauchen wir nochmal eine Kiste. So mit so... Zeug. Weisst du so. Bett, Crafting Table, Kiste und... Hey, wir haben über 64 Eisen. Nein! Nein! Wir haben keine roten Pilze mehr. Ich habe ja gefunden gehabt. Ja. Wir haben keinen mehr, logischerweise. Ich gehe gehe schlafen. Vielleicht regeneriert mich da. Kann das sein? Ja, ich muss auch schlafen. Ich komme gerade. Ich habe da noch etwas zum Aufrufen. Nein, friss. Es ist erst noch etwas. Schau, es bleibt die Kiste auch wieder offen. Was soll das? Wir müssen da auch mal eine Aufwärmung machen, wenn wir... Offscreen-Sentry wieder heisst. Offscreen. So ähnlich. Wenn wir da... Wenn wir noch ein bisschen Sand schmelzen, ein bisschen glatt... Wir haben jetzt... Also Kohlen haben wir ja sicher genug. Überall mal ein bisschen Sand reinkommen, würde ich sagen. Wir haben jetzt zu viel Kohlen. Wollen wir doch mal ein Glas bauen? Oder gehen wir jetzt erst schlafen? Ist das gut? Ja. Du ja. Wo kommt ein Spyder-Ei rein? Ich habe auch nicht. So ein Fehler. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ein Neu-Meis-Null-Null. Ein String und so. Wo kommt die Ei rein? Mit Bullshit-Kisten. Wo ist die... Die ganz längs. Das Spyder-Ei kommt auch dort einmal. Ja. Bauen. Viele auch. Ja. Viele könnten wir zwar zu den Werkzeug tun. Gravel. Das könnten wir auch Offscreen machen. Los mal. Ja. Aber wenn wir jetzt mal anfangen, ein bisschen mit Glas bauen, weißt du? Ja, das ist gut. Bauen wir mal. Kannst du ein paar Dinge machen? Fackle? Fackle. Oh, wir haben ja schon mega viele gesehen. Fackle, ja. Mach ich. Ich schicke dir den paar rüber. Ich nehme mir mal ein... Ich nehme mir mal ein... Ich nehme mir mal zwei Stacks, oder nicht ganzes Glas. Warte, ich schicke dir da ein paar Fackle rüber. Das sind zum Boden. Ja, komm, ich höre sie da jetzt mal. Falls sie sterben, weisst du? Nein, nein, ist egal. Ja, ich habe keinen Wert mehr. Also ich würde sagen, wir machen den ganzen Boden aus Glas, oder? Und die Ecke und eigentlich alles aus Glas. Ja. Fass mal nachher nach. Aber das muss unten dran, aber das darfst du natürlich keine Dörte mehr so haben, gell? Logisch. Sonst bringt es ja nichts. Ja. So wie da, wo es noch eine Dörte unten dran hat. Und schürfe ich bitte nicht, du kannst ja nirgendwo anders. Ja. Ähm, ich brauche noch... Ich brauche noch eine Schaufel. Ach! Kann ich. Das mache ich mit der Schaufel. Ah! Machen wir halt schnell eine. Ah! Jetzt haben wir gerade noch Stickies. Hey, aber der Boden da ist ja huren dick. Der ist etwa 5 Blöcke. Ja, machen wir halt einfach mal die Abdeckung. Hö, du schwebst in der Luft. Egal. Machen wir einfach mal die Abdeckung. Ja, okay. Also, den Rand, du checkst. Nein, aber der Boden da ist richtig dick. Eben, einfach mal den Rand. Aha, der. Aha, der Boden. Der unten. Ah. Dann machen wir halt die Abdeckung weiter vorne, oder? Ich weiss doch nicht. Nein, da sollte es jetzt gehen. Aber dann wird es halt so führäckig. Ja. Wow, zu Wasserfall. Du bist im Wasserfall, Lin. Grabst du alles weg? Das ist doch dumm. Ja. Da unten muss ja alles weg sein. Das sieht aber auch so geil aus vorne, wenn es nicht mehr so ein Kuppeln ist. Lass doch, lass doch da mal. Weiss nicht. Ja, diese Höhe ist gut. Ja, aber dann sehen wir Steine. Wollen wir ein Glas Boden machen? Sieht ja auch huren geil aus. Ja, nein. Aber so ist es unten so rund, weisst du, dann sieht es noch geil aus. Also wollen wir jetzt den Boden hier ein Glas machen, oder nicht? Ja, keine Ahnung, dann müssten wir alles wegbauen, das ist ein bisschen blöd. Dann machen wir einfach den Vorderstieg. Eine Reihe. Okay. Ja, das ist gut. Da ist noch ein Glas. Ja, das ist schon easy. Aber dann machen wir die Glas durchgehend, also, oder? Also bis zur Decke, die meine ich nicht. Ja, noch nicht, vielleicht. Wir haben auch noch nicht genug. Wenn wir den genug haben. Ja, einfach. Äh, du, ich glaube... Nein, noch 44 Sekunden, also... Uh. Bist du runtergeflogen? Ja. Wow! Hu! Okay, ich käme fast. Ich habe den Boden unter mir abgebaut. Ich nicht, ich habe den Boden vor mir abgebaut, also nicht den Boden, aber... Das ist gut, jetzt kann ich alles noch breiter machen, oder? Weil... Wegen dem Glas. Aber es sieht blöd aus, weil es da dort das Boden hat. Ja. Also, ich baue dir mal den Boden unter dir weg. Hey. Wieso bin ich jetzt nicht runtergefallen? So, der Part ist jetzt auch gerade fertig, also isch. Dort auch eine Reihe. Ja, das sieht schon easy aus. Wir haben halt ein paar... Ja. ...Items verloren. Und ich bin gerade rausgeflogen. Ja, voll. Ja, aber... Wir haben ein bisschen... Das ist blöd gewesen, dass wir das Zeug in der Hülle verloren haben, aber... Im Gesamten ist es eigentlich noch ein guter Part. Ist es... Gute Ausbeutung gewesen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ja. So. Und... Ja komm, machen wir das auch noch schnell fertig. Aaaaaah. Ja, mach du da noch. Ich habe kein Glas mehr, mach du da noch schnell. Ja, bis zum nächsten Part. Ja. 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 Vielen Dank.